Yo, yo, yo Leute, was geht ab und willkommen auf dem RobNation Kanal. Wie ihr im Titel schon gelesen habt, ich werde heute die Suron Stormby Probe fahren. Falls der ein oder andere das Bike nicht kennt, das ist ja ein Elektro-Bike von der Marke Suron. Und falls ihr mich noch nicht kennt, ich fahre ja eine Elektro-KTM, eine E-Free-Ride. Und ich glaube, da könnte man einen ganz geilen Vergleich rausziehen, weil die wenigsten, glaube ich, selber ein Elektro-Motorrad haben. Ja, und den Vergleich dann auch nicht so spüren, wie die KTM zur Suron im Vergleich ist. So, ich fahre jetzt erstmal zur E-Motor X in Lindau. Der gute Daniel hat nämlich die Suron. Ist ja einer der ersten Händler, der die bekommen hat. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man die überhaupt schon kaufen kann, aber ich glaube schon. Boah, also ein Elektro-Bike, ey, das fährt sich auf der Straße ja geisteskrank. Also, ich bin auch nicht so oft mit der hier auf der Straße unterwegs gewesen. Deswegen freut es mich dann umso mehr. Ja, Servus. Wirst du auch schon am Heizen. So, Freunde. Also, ich bin jetzt gerade hier bei E-Motor X. Hier steht sie schon, die gute Stormbee. Im Größenvergleich ist sie sogar von der Sitzbank ein bisschen niedriger, kommt sie mir vor. Ich hatte sie irgendwie größer erwartet. Ist aber nicht schlecht. Also, ich finde die echt schick. Gehen erstmal so ein bisschen auf die Optik ein. Ohne nicht erschrecken, meine Karre ist noch ultra dreckig. Im Vergleich habe ich sie nur mal hingestellt, dass ihr so ein bisschen die Optik sehen könnt. Was der Unterschied ist. Ich vergleiche es jetzt einfach mal komplett, glaube ich, mit der KTM. Vorde Fender finde ich auf jeden Fall aggressiver bei der KTM. Finde ich nicer. Bereifung für die Straße okay. Fürs Gelände würde ich eher mein sehen. Schon geil, dass da hier so ein extra Schutz schon für die Bremsscheibe da ist. Das war da, glaube ich, standartmäßig dabei. Da muss ich aber sonst auch mal den Daniel fragen. Vorne zum Licht, Lichtmaske. Sehr schick. Finde ich geil, dass sie die nicht so klobig gemacht haben und auch nicht so ultra futuristisch. Sehr, sehr schön. Im Vergleich zu meiner Standard-EXC-Maske halt. Blinker, sehr schön. LED, meine Standard. Klar, könnte man verändern, aber das ist ja alles hier original. Das ist so, wie man kaufen kann. So steht sie da. Aber ja, optisch mäßig würde ich, mir ist es ein bisschen zu bunt. Ist zwar auffällig, finde ich jetzt aber persönlich nicht so mein Geschmack, würde ich sagen. Da finde ich meine auf jeden Fall wesentlich besser. Optik allgemein, sehr, sehr schickes Bike, muss ich schon sagen. Wenn man da ein paar Veränderungen macht, das wäre echt ein wirklich sehr, 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 sehr schickes Bike. Ja, wir haben hier auch ein bisschen mehr Anzeigen. Darauf muss ich aber dann mal gucken, wenn ich am Fahren bin, was es da so für Anzeigen gibt. Gut ist auch zum Beispiel, dass man hier vorne die Bremse, die kann man hier feststellen. Wenn man sie entweder transportiert oder wenn man am Hang steht und sie nicht wegrollen soll, dann ist sie einfach immer gezogen. Und sobald man es löst, spricht es dann auf und dann kann man sie wieder ganz normal nutzen. Sehr cool. Man hat auch die verschiedenen Fahrmodes. Die sind aber nicht wie bei der KTM hier unten, sondern hier mit Eco, Rain-Mode und Sport. Dann gibt es nochmal diesen Turbo-Button. Das werden wir aber auf jeden Fall noch beim Null-of-Topspeed-Video machen. Von hinten schon ein ziemlich kurzes Kennzeichen dran. Finde ich eigentlich ganz schick. Das sieht ein bisschen billig aus, aber finde ich auf jeden Fall schon mal schicker wie auf der KTM. Okay, Optik ist ja jetzt mal geklärt. Mir gefällt die KTM trotzdem ein bisschen besser. Obwohl hier manche Dinge halt wirklich sehr, sehr schick sind und gut gelöst sind. So, genug geschnackt und angeschaut. Ich glaube, jeder will sehen, wie ich fahre und mich interessiert es natürlich genauso. Deswegen hocke ich mich jetzt mal aufs Bike und sage euch auch da mal ein paar technische Daten zu dem Moped während der Fahrt. Also viel Spaß damit. So, dann geht es jetzt ab. Okay, man hockt hier auf jeden Fall bequemer, weil der Sitz ein bisschen breiter ist. Er ist zwar nicht unbedingt sehr viel gepolstert. Boah, die ist im Eco ja schon. Boah, Alter, Falter. Alter, die geht eher im Eco schon ultra ab. Ja, Wahnsinn. Alter, im Eco geht die ja schon ultra. Boah, ist das ein cooles Seil. Macht mir jetzt schon auf den ersten Metern Spaß. Also das ist, Eco ist wie bei mir Stufe 2, glaube ich fast. Okay, wir sind hier bei 100%. Ja, von der Wendigkeit her ist sie auf jeden Fall nicht so agil. Angegeben ist ja, bei 50 kmh, dass man 100 km weit kommt. Und die Sache ist nur 50 kmh, wer fährt denn permanent 50 kmh? Das ist viel zu wenig. Also die Angaben sind zwar, ja, recht gut und schön, aber kein Mensch fährt immer nur 50. Aber schon mal ein guter Richtwert, würde ich sagen. Boah, also das Motorrad wirklich schiebt anders an. Sie ist ja auch angegeben mit einer 15 PS Nennleistung. Und Peak liegt bei 22 kW. Meine KTM, ich vergleiche sie einfach immer wieder mit meiner KTM, dass ihr einen groben Richtwert habt. Meine KTM hat eine Peakleistung von 22 PS, nicht 22 kW. Und 22 kW sind 30 PS. Die fährt sich echt cool. Also die ist wirklich krass am Gas. Aber ja, man hockt definitiv mehr im Bike als auf dem Bike. Ich glaube, so für Touren auf entspannt wohin fahren, geiler. Aber mir fehlt so ein bisschen dieses Aggressive, wenn ich einlenke, dass es sofort irgendwie kommt. Ist gerade irgendwie ein bisschen schwierig zu erklären. Der Sound ist relativ angenehm. Boah, aber im Eco-Modus. Hey, ihr glaubt es nicht. Die hat ja auch Newtonmeter 520 oder 530 Newtonmeter. Stellt euch das mal vor. Alter, das ist geisteskrank. No joke, ich habe Angst, in Sportmodus zu schalten und dann noch diesen Turbo-Knopf zu drücken. Also wenn Eco schon so aggressiv nach vorne geht. Wünsche mir Glück. Ich habe jetzt gerade mal in Sportmodus geschalten. Jetzt bin ich gespannt. Oh, Alter. Oh, ich habe Angst. No joke, ich habe Angst. Okay, okay. Ja, ich hätte es mir jetzt noch krasser vorgestellt. Aha, aha. Okay, okay. Hä? Die springt irgendwie angenehmer an wie im Eco-Modus. Was ist das denn? Warte mal, ich fahre mal jetzt ein bisschen langsamer. Okay, untenrum kommt sie mir jetzt im Eco-Modus nicht unbedingt stärker vor oder aggressiver. Das ist ja jetzt interessant. Krass, der Widerstand von den Blinkern ist auch sehr, sehr gering. Also man spürt gar nicht, dass man rüberklickt. Ich glaube, beim ersten Mal habe ich mir gedacht, oh, habe ich den Blinker vergessen rauszutun? Das ist nämlich ganz leicht nur. Also bei jedem anderen Blinker ist es eher so ein Einrasten, so ein Klick. Bei dem ist es eher so ein Schiemen einfach nur. Sie wiegt 130 Kilo und der Akku wiegt 30 Kilo ungefähr. Also sehr, sehr ähnlich zu der KTM vom Akku her, vom Gewicht. Die KTM wiegt ja nur 110. Ja, die wiegt jetzt 130 und ja, man spürt das ein bisschen. Also 130 ist ja immer noch deutlich weniger als wie jetzt von so einer SMCR. Aber im Gelände, das ist ja eine Enduro. Ich glaube, soweit ich mich reingelesen habe, gibt es drei Versionen. Eine Street, Enduro und eine Vollcross. Also als Enduro weiß ich nicht, ob ich sie jetzt ganz so sehen würde, weil da macht jedes Kilo echt was aus. Und 130 ist schon ein Haufen. Wenn man jetzt so eine Reise-Enduro sucht, also halt so ein bisschen wandern, auf Feldwegen und so weiter, dann cool. Aber so wirklich im Gelände, pfuh, weiß ich nicht, ob ich es jetzt gerade sehe. Also was mir auch auffällt, Gefahr bei diesen Elektromotorrädern ist, du fährst gerne mal schneller als du solltest. Also weil du ja auch erstens keinen Sound hast, so richtig also diesen Motorsound, der dir die Geschwindigkeit so ein bisschen anzeigt oder anhört. Ja, da ist dann oft die Gefahr, dass du einfach ein bisschen zu schnell unterwegs bist. Man merkt richtig, man hockt richtig angenehm auf dem Motorrad. Das ist wirklich, wenn man eine Tour fahren möchte mit diesem Gerät, dann geht das ohne Probleme. Da sehe ich jetzt meine KTM dann nicht so. Die ist auch wirklich nicht auf der Straße zu Hause. So Leute, ich mache jetzt erstmal kurz ein Topspeed-Video. Falls ihr das Video aussehen wollt, das wird auf jeden Fall dann nach dem Video hier online kommen. Immer sonntags. Und falls ihr auch die Videos nicht verpassen wollt, abonniert mich super gerne. Das würde mich auch sehr freuen. Dann mache ich jetzt kurz das Video und dann sieht man sich gleich wieder. So Leute, ich habe das Video jetzt abgedreht vom Topspeed. Ich muss mich korrigieren, auf jeden Fall der Sport-Mode, der packt schon nochmal anders zu. Das war einfach nur der erste Eindruck, der, ja es war einfach falsch von mir irgendwie registriert. Aber der Eco-Modus, der ist auch am Anfang wirklich schon sportlich. Aber was jetzt noch fehlt, ist noch ein paar Wheelies zu probieren. Und das machen wir jetzt glaube ich mal. Hier ist eine schöne Gerade und da probieren wir das mal. Ich probiere es mal erstmal im Eco, ob da was geht. Da geht gar nichts. Rain geht gar nichts. Sport, da muss ich jetzt eher langsam mal probieren. Oh ja, fein. Die fährt sich gut. Das ist cool. Ja, mir gefällt beim Wheelie-Fahren, gefällt mir meine mehr. Muss ich sagen. Muss ich sagen. Also keine Frage, das wird mit der Maschine genauso gehen. Aber ist nicht so mein Fall. Muss ich ehrlich sagen. Einen probieren wir noch. Ja, okay, es geht schon. Aber, ja, doch ein bisschen, ja, ich würde auf jeden Fall sagen, bei meiner ist es ein bisschen angenehmer. Oh, das wäre sogar noch eine Überlegung. Da ist ja unser Acker, auf dem wir immer fahren. Ich glaube, da fahre ich jetzt mal kurz drauf, um einfach mal zu testen, wie so das Fahrverhalten ist. Das ist eine geile Idee. Das machen wir doch jetzt. Ich hoffe, Daniel bringt mich da nicht um, weil das Moped dann so dreckig daherkommt. Aber hier sieht es auch ziemlich trocken aus. Schauen wir mal, wie die Karre durchspult, wenn ich jetzt einfach Gas gebe. Oh, ja. Halleluja. Okay. Sorry, sorry, Bro. Wow, das ist ja geisteskrank. Boah, alter, die kann ich ja, die ist ja unfahrbar. Der Reifen ist halt auch echt nicht so nice von der Karre. Also da würde ich mir echt was anderes überlegen, außer man fährt natürlich wirklich Großteils Straße. Also für so Fahrverhältnisse ist die auf jeden Fall schon mal nicht mehr ausgelegt. Aber cool, dass ich das jetzt auch noch ausprobiert habe. An das habe ich gar nicht gedacht. Aber ja, das bringt mich auch, glaube ich, schon zum Fazit. Zu der guten Suron. Und zwar, wo sehe ich das Bike? Ich sehe das Bike auf jeden Fall mehr auf der Straße als wie im Gelände. Mir hat sie einfach ein bisschen zu viel Gewicht. Und man hockt irgendwie zu viel in dem Bike drinnen. Hat sich komisch an irgendwie, aber war eigentlich im Bike drin hocken, ist doch eigentlich, finde ich, meistens doch positiv, oder würde ich sagen. Aber hier nicht. Also mir persönlich ist es einfach zu sehr Reisemaschine. Also für mich ist es eher so ein Alltagsstraßenmotorrad, das einfach bewegt wird von A nach B. Aber ob ich das jetzt im Gelände sehe, nicht so. Also man kann sie zwar mit der KTM vergleichen, weil es beides Elektromotorräder sind, dennoch ist es eine ganz andere Kategorie meiner Meinung nach. Ich sehe die wirklich mehr als straßentaugliches Motorrad. Ja, sie ist so eher, würde ich sagen, so ein Konkurrenzprodukt zu der SMCR oder zu so einer 701. Weil sie halt auch supermotorlastig ist, so vom Fahren her. Aber halt einfach mir ein bisschen zu brav. Ja, das ist, glaube ich, ein guter Ausdruck. Sie ist mir zu brav. Sie ist ein tolles Motorrad. Keine Frage. Würde ich meine KTM eintauschen? Auf gar keinen Fall. Es gibt auch noch richtig geile andere Suron-Modelle. Die sind dann auch noch wesentlich interessanter im Gelände-Aspekt. Das wäre vielleicht noch eine Alternative. Wenn wir das genötige Kleingeld hat, ein Straßenmotorrad sehe ich hier. Würde ich aber dann andere Bereifungen auf jeden Fall drauf tun. Und dann noch die Suron Lightby, glaube ich, heißt die, wenn ich mich nicht irre. Die dann auf dem Gelände dann fahren. Dazu wird auf jeden Fall auch noch mein Video kommen. Hier liegt einfach noch Schnee. Geil. Spaßmäßigkeit würde ich auch eher die KTM bevorzugen. Spaßmäßig KTM. Alltagstauglicher. Die hier, die Suron. Ganz klarer Fall. So, das war meine Meinung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr irgendwelche Fragen noch zu der Maschine habt, dann stellt sie mir super gerne hier unten in die Kommentare rein. Dann kann ich vielleicht sogar noch mal ein extra Video dazu machen, wenn ich irgendwas vergessen habe, auch zu erklären oder so. Falls es, wenn es euch irgendwas noch interessiert. Ich sage auch noch mal viele Grüße und danke an den Daniel von eMotoX. Geiler Dude. Wir werden auf jeden Fall auch mal zusammen eine Runde fahren gehen. Sehr, sehr cool. Freue ich mich schon drauf. Und falls ihr kommende Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert super gerne meinen Kanal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Der erste Eindruck der Maschine. Und im nächsten Video wird es dann drum gehen. Top Speed von der guten Suron. Sonst wird das Video einfach viel zu lang. Und so kann man auch explizit nach Videothemen suchen. Und mit der schönen Sonne hier vor mir sage ich danke fürs Zuschauen, Leute. Man sieht sich spätestens im nächsten Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.